Das, was ihr in diesem YouTube-Kommentar lesen könnt, ist das, was man allgemein hin als die sogenannte autistische Überidentifikation bezeichnet. Ja, und zum Thema autistische Überidentifikation habe ja ich auf meinem YouTube-Kanal schon mehrere Videos gemacht. Trotzdem bin ich natürlich immer froh, wenn meine Thesen oder das, was ich in Videos aus meiner Erfahrung heraus beschreibe, auch durch, ja, ich sage einmal, unabhängige Kommentare aus der autistischen Community bestätigt wird. Und ich bin auch immer froh, wenn dieses Thema von euch, meinen lieben Zuschauerinnen und Zuschauern, immer mal wieder hochgeholt wird. Denn es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen und sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass es das Phänomen der autistischen Überidentifikation gibt. Ja, autistische Überidentifikation, was soll das ganz genau sein? Im Grunde habt ihr es ja schon im Kommentar gelesen. Dabei geht es um das Phänomen, dass Menschen, die mit der Diagnose Autismus identifiziert, äh, diagnostiziert, gelabelt werden. Und das betrifft meistens natürlich die sogenannten hochfunktionalen Autisten mit einer guten Intelligenz, mit einer relativ guten Funktionsfähigkeit, was das alltägliche Leben anbelangt. Ja, dass wenn diese Leute mit Autismus diagnostiziert werden, dass sie eine intensive Phase der Identifikation mit dem Thema Autismus durchmachen und sich im Zuge dieser Identifikation auch gewissermaßen überidentifizieren mit Autismus, dass sie nämlich, genau wie es im Kommentar beschrieben stand, sich für noch autistischer halten oder sich noch autistischer fühlen, als sie es vor der Diagnosestellung getan haben. Plötzlich wird alles, was man tut und alles, was man je getan hat, durch die Autismusbrille gesehen. Alles wird plötzlich über das Autismus, ja, Phänomen sozusagen erklärt. Und, ja, es kommt einem fast so vor, als wäre man gar kein Mensch mehr, ja. Der individuelle Mensch würde ganz, ganz klein werden, äh, hinter dem übergroßen autistischen Syndrom. Überidentifikation heißt natürlich auch, dass das nicht ganz der Tatsache entspricht. Und Überidentifikation oder diese Phase der Überidentifikation, das ist auch eine Phase, welche in aller Regel dann nach mehreren Monaten bis Jahren, nachdem man seine Autismusdiagnose erhalten hat, auch wieder abklingt. Das heißt, man kommt irgendwie wieder auf einen gewissen Ausgangswert, der in etwa dem entspricht, ja, dem man vor seiner Diagnosestellung gehabt hat, zurück. Und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ich selber habe ja mehrfach die Diagnose Autismus erhalten. Das erste Mal im Alter von 17 Jahren, das heißt vor 20 Jahren. Das ist wichtig, das erwähne ich jetzt nicht ganz grundlos. Ja, und ich bin schon seit ca. 15 Jahren Leiter einer Selbsthilfegruppe für Erwachsene, Betroffene in einer Autismusambulanz. Und ja, habe natürlich auch deshalb schon so eine langjährige Überschau sozusagen über viele, viele autistische Menschen und deren Entwicklungsgeschichte. Und hey, keine Ahnung, im Jahr 2015 kommt da jemand das erste Mal in die Selbsthilfegruppe, erzählt dieses und jenes von sich. Ja, und im Jahr 2020 verabschiedet sich die Person eventuell dann aus der Selbsthilfegruppe und sagt, ja, ich bin persönlich mit dem Thema Autismus einfach durch. Ich habe mich dazu informiert, ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ja, das Thema ist für mich jetzt einfach nach all den Jahren nicht mehr relevant. Ja, und das passiert meiner persönlichen Meinung nach und meiner persönlichen Beobachtung nach vor allen Dingen im Schnitt so ca. nach 5 Jahren, nachdem die Diagnose das erste Mal gestellt wurde. Diese autistische Überidentifikation ist Fluch und Segen bzw. Segen und Fluch zugleich für viele autistische Menschen. Es ist insofern Segen, dass man natürlich jetzt seine gesamte Vergangenheit eventuell noch einmal ganz neu verstehen, interpretieren kann. Ganz, ganz viel Selbsterkenntnis für sich selber gewinnen kann. Ja, und dass man vielleicht, aber nur vielleicht, weil ja leider im Bereich Autismus eine bestimmte Diagnose zu bekommen noch nicht bedeutet, dass man dann auch gleich Hilfe aus dem Hilfesystem bekommt. Aber ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich dann gezielter Hilfen zu suchen, sage ich es einmal so. Oder auch selber an den eigenen autistischen Problemen und Nichtproblemen, ich sage einmal, Eigenschaften zu arbeiten. Diese Möglichkeit hat man dann. Man kann auch Nachteilsausgleiche vielleicht für die Arbeit erhalten. Man kann eventuell auch sich dazu entscheiden, in Frührente zu gehen oder eine Erwerbsminderung zu beantragen. Dieses und vieles jenes mehr. Aber es kann natürlich auch ein Fluch sein, weil, und das erleben auch sehr, sehr viele Menschen, die die Diagnose Autismus erhalten, sie völlig die Natürlichkeit in ihrem Verhalten verlieren. Vielleicht das letzte bisschen Natürlichkeit, dass man fernab von Masking und diversen Kompensations- und Anpassungsversuchen an die Gesellschaft noch gehabt hat oder immer schon sich irgendwie bewahrt hat. Man verliert das letzte bisschen Natürlichkeit, weil man sich ja dann selber irgendwie ständig beobachtet. Man macht sich dann ständig Gedanken über alles, was man tut. Wie geht man? Wie redet man? Wie kommuniziert man? Dann verstehe ich vielleicht ständig alles miss. Also auch die eigene Kommunikation wird immer überwacht, interpretiert. Und alles sozusagen durch die Autismusbrille. Und ja, dann kommen viele Menschen, die die Diagnose erhalten haben, aus dem Flow raus. Ja, wenn man sich ständig selber überwacht, wenn das eigene Verhalten unnatürlich wird, dann wird es ungelenk. Vielleicht stellen sich sogar massive Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle ein. Ja, und man fühlt sich dann ganz, ganz schlecht. Man fühlt sich dann vielleicht, wenn man das Thema Autismus überwiegend mit Störung und Behinderung assoziiert, ja, dann nur noch als der oder die Behinderte, die Gestörte, die beeinträchtigte Person. Und das kann auch am Selbstwert nagen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist ein Aspekt, wo ich sage, ja, die Autismusdiagnose kann auch ein Fluch sein. Auch wenn die Autismusdiagnostik allgemein in den sozialen Medien als sehr, sehr positiv dargestellt wird. Um nochmal über das Thema auch soziale Medien in diesem Video zu sprechen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das hier einmal ansprechen. Du, wenn du dieses YouTube-Video schaust, hast dadurch bewiesen, dass du dir YouTube-Content zum Thema Autismus reinziehst. Ja, und du wirst wahrscheinlich, oder ich werde mit hoher Sicherheit nicht der einzige Creator sein, den du dir zu diesem Thema anschaust. Und du konsumierst vielleicht auch zusätzlich noch TikTok, Instagram, du surfst im Internet. Und ja, da sind natürlich ganz, ganz viele verschiedene Berichte, sage ich einmal, von Selbstbetroffenen, die auch aus ihrem eigenen Leben zum Thema Autismus berichten, etc. pp. Okay, und dir wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass über das Thema Autismus in aller Regel relativ, ich sage es einmal, wohlwollend berichtet wird, relativ positiv berichtet wird. Es geht ja in der öffentlichen Debatte, gerade auch auf Social Media teilweise so weit, dass gesagt wird, Autismus sei gar keine Behinderung oder Beeinträchtigung. Der Störungscharakter von Autismus wird teilweise vollständig negiert, obwohl es ja Autismus-Spektrumsstörung heißt, laut ICD-11 und ICD-10, DSM-5. Und die Diagnostik auf Autismus ja auch von der Krankenkasse in aller Regel finanziert wurde. Und das natürlich auf eine bestimmte Art und Weise, insbesondere in den sozialen Medien und insbesondere auch von selber Betroffenen berichtet wird, hat auch mit der autistischen Überidentifikationsphase zu tun. Das ist ganz wichtig zu verstehen, denn ich mache jetzt meine YouTube-Videos seit ca. 5 Jahren und wie gesagt, ich habe meine Diagnose das erste Mal jetzt vor 20 Jahren erhalten. Und das heißt, ich habe auch relativ spät angefangen, in den sozialen Medien zum Thema Autismus mich zu äußern, obwohl ich schon sehr viel länger eben in der Selbsthilfe aktiv bin. Aber da habe ich natürlich auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz und ja, auch ich hatte diese Überidentifikationsphase mit dem Thema Autismus. Nur ich, ja, habe natürlich auch gesehen dann im Laufe von 20 Jahren, das ist auch bei mir, hat das wieder abgenommen. Und somit berichte ich natürlich heute und hier auf YouTube vielleicht auch etwas, sage ich mal, ausgeglichener, ohne diese, ohne selber in der Überidentifikation zu stecken über das Thema Autismus. Und das ist ja ein, und das ist ganz wichtig. Die meisten Leute, die zum Thema Autismus ja Content produzieren, wenn sie selber betroffen sind, tun das relativ kurz, nachdem die Diagnose bei ihnen gestellt wurde. Das heißt, sie sind in aller Regel noch in der Überidentifikationsphase, weil heute, diese Möglichkeiten hatte ich ja im Alter von 17 noch gar nicht, da gab es ja noch gar kein Social Media, weil heute haben wir ja die Möglichkeit mal eben ganz schnell dann aus einem Impuls heraus, Wow, Leute, ich habe die Diagnose erhalten, mal einen Instagram-Kanal oder einen TikTok-Kanal anzufangen. Und wie es ja auch im eingangs gezeigten Kommentar schon beschrieben stand, man glaubt dann, alles wäre Autismus. Das ganze Sein, alles, was man tut, alles, was man getan hat, das wäre ja sozusagen durchtränkt von Autismus. Ja, warum hat man das eigentlich vorher nicht geglaubt, bevor man die Diagnose bekommen hat? Ja gut, vielleicht, wenn man noch keinen Namen gehabt hat, aber ja, ich glaube, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Fakt ist natürlich, dass dann, wenn man das glaubt, natürlich auch eine gewisse Art von Content produziert wird. Und viele, die aufgrund ihres Autismus zum Beispiel es auch nie geschafft haben, soziale Kontakte im echten Leben, im Real Life zu knüpfen, posten dann zum Beispiel, hey, ich habe die Autismusdiagnose bekommen. Und dann kommen andere Nutzer und sagen, hey, ich habe die Autismusdiagnose auch. Lass uns mal gegenseitig folgen, verlinken. Wir bauen eine Community auf etc. pp. Und dann finden natürlich viele derjenigen Leute, die Infos zum Thema Autismus bloggen, Videos machen, posten, da auch vielleicht zum ersten Mal über das Werkzeug der Diagnose eine Community und so etwas wie Freundschaft oder Gesellschaft. Wertschätzung. Sie werden gesehen, ja, vielleicht bauen sie sogar eine gewisse Reichweite als Influencer auf in diesem Bereich. Und, ja, das führt natürlich dazu, dass vielleicht auch dieses Thema Autismus etwas verzerrt dargestellt wird. Das möchte ich einfach nur sagen. Und vielleicht auch etwas größer dargestellt wird, als es tatsächlich ist. Weil, wie gesagt, die meisten, die ja auch sowieso auf Social Media posten, bloggen, Videos machen, sind ja Leute, die sind sehr hoch funktional. Es gibt, Autismus ist ein Spektrum und es gibt auch Autisten, die wohnen, die leben in Wohnheimen, in Pflegeheimen. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich weiß das, weil ich selber als Heilerziehungspfleger arbeite und solche Menschen schon in Wohneinrichtungen oder Fördergruppen, Werkstätten für behinderte, beeinträchtigte Menschen begleitet und betreut habe. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber das sind ja nicht die Leute, die auf Social Media in aller Regel dann einen Kanal hochziehen und erfolgreiche YouTuber, TikToker, Instagramer werden, ja. Weil die ja einen sehr hohen Pflegebedarf haben. Viele von denen können nicht einmal sprechen. Ja, und so wird das Thema Autismus eben häufig verzerrt dargestellt, positiv verzerrt dargestellt. Man glaubt, auch weil man die Diagnose erst kurz erhalten hat, Autismus wird mein Leben für immer bestimmen, für immer und auf alle Zeiten. Das geht nie wieder weg. Ich mache jetzt die nächsten 40, 50 Jahre nur noch Themen Autismus und das wird nie langweilig, das Thema und etc. PP, ich bekomme ja auch so viel Bestätigung durch die Community und deswegen ist auch das Outing auf Autismus die Lösung für alle meine Probleme und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Facetten. Das sind Betrachtungsweisen des Themas Autismus. Die sind legitim. Ich zeige ja hier auf meinem YouTube-Kanal auch nur eine, geht ja auch nicht, geht ja auch nicht anders, ich bin ja auch nur eine Person, ich zeige ja auch nur einen möglichen Betrachtungswinkel, den Betrachtungswinkel Tom Harrendorf. Vielleicht, das ist schon, würde ich schon sagen, das werdet ihr mir auch zugestehen, natürlich ein Vorteil, dass ich jetzt, wie gesagt, schon 20 Jahre lang diese Diagnose habe und deswegen super viel Zeit hatte, auch meine eigene Entwicklung zu betrachten und dass ich natürlich, dadurch, dass ich jetzt auch schon 15 Jahre in der Selbsthilfe tätig bin, aus der Vogelperspektive ganz, ganz viele andere Autisten kennenlernen durfte. Okay, das ist schon ein gewisser Vorteil, glaube ich. Trotzdem ist und bleibt meine Perspektive die Tom-Perspektive. Ende aus, da gibt es nichts zu diskutieren. Aber, und das ist das, warum es so wichtig ist oder warum es mir so wichtig ist, das Thema Überidentifikation immer mal wieder anzusprechen, weil damit sind Risiken verbunden, Risiken verbunden. Und vor diesen Risiken möchte ich euch gerne bewahren, zumindestens möchte ich euch darauf aufmerksam machen und wenn ihr dann sagt, yo, habe ich jetzt gehört, habe ich zur Kenntnis genommen, ist mir scheißegal, ja, dann bitte, ich bin ja nicht euer Vater. Also, wenn man aus einer Überidentifikation heraus sich zum Beispiel outet in den sozialen Medien, dann hat dieses Outing eventuell massive Konsequenzen über viele Jahre bis Jahrzehnte hinweg. Ich habe zum Beispiel mal für meine Selbsthilfegruppe ein Zeitungsinterview gegeben als der betroffene Autist. Hallo, ich bin's, Tom, ich bin immer ganz anders gewesen als alle anderen mit einem übrigens einem scheußlichen Foto in diesem Zeitungsartikel. Das war im Jahr 2015 und dieser Zeitungsartikel, auch wenn hinter Paywall inzwischen, ist noch immer abrufbar online. Das heißt, immer wenn man meinen Namen googelt, Tom Harrendorf, kriegt man diesen Zeitungsartikel. Zumindestens, wenn man über Bing und Ecosia sucht, weil bei Google habe ich das irgendwann mal sperren lassen mit meinem Namen, weil ich eben dann gedacht habe, scheiße, ey, was ist denn später mal, wenn du dann doch mal Arbeitgeber, einen Job suchst, wenn du dich mal irgendwo vorstellig machst, jeder, der jetzt deinen Namen googelt, der sieht sofort, du bist Autist mit diesem total scheußlichen Jammerlappenfoto, was da zu sehen ist. Okay, ist ganz wichtig zu verstehen. Und das sind weitreichende Konsequenzen. Und das müsst ihr bedenken. Macht euch klar, dass ihr eventuell in 10, in 20 Jahren anders über das Thema Autismus denkt und fühlt, als ihr es jetzt tut. Und wenn ihr jetzt welche Inhalte auch immer in Social Media zum Beispiel raushaut und die vielleicht dann auch von anderen repostet und geteilt werden, dann kriegt ihr das aus dem Internet nie wieder weg. Oder ein Zeitungsartikel, das Recht liegt bei der Person, die diesen Artikel sozusagen, ja, gemacht, geschrieben hat. Okay, den kann ja selbst ich nicht mehr wegkriegen da, selbst wenn ich wollte. Das muss euch klar sein. Und deswegen ist es wichtig, sich das klar zu machen, dass es diese Überidentifikation gibt, damit ihr euch nicht vielleicht, ja, selber in eine Sache reinreitet, die ihr jetzt noch nicht überblicken könnt. Und auch das Thema Erwerbsminderung ist so eine Sache. Oder Frührente. Wer die Erwerbsminderung beantragt oder bewusst, ich sag's mal so, häufig wird man ja von den Ämtern da reingedrängt und in vielen, vielen Fällen ist es auch richtig unwichtig, erst mal erwerbsgemindert zu werden. Aber viele, die das bewusst auch ansteuern, weil sie sagen, hey, jetzt habe ich die Diagnose und boah, jetzt will ich auch den Weg bis zu Ende gehen und endlich aus dem Arbeitsleben weg. Ich will von den Ämtern in Ruhe gelassen werden. Ich stoße jetzt selber das Thema Erwerbsminderung an. Macht euch bewusst, dass ihr dann in der Folge in aller Regel auch von keinem Amt mehr irgendwie beraten werdet. Ihr bekommt keine Jobvermittlung mehr, nichts. Und das ist dann eventuell ein Ding, das ihr euch, das ihr bereuen könntet. Ich selber war, boah, jetzt muss ich nachdenken. Formal bin ich es noch immer. Formal bin ich es noch immer. Ich bin noch immer dauerhaft voll erwerbsgemindert, ohne Aussicht auf Besserung nach Aktenlage, weil das einmal bei mir festgestellt wurde. Und das überprüft auch keiner mehr. Jemals nicht. Ich weiß, da gibt es noch den einen oder anderen Sonderfall und Paragraf dies, Paragraf das. Ja, ich kenne das alles. Die Sache ist kompliziert. Also, es überprüft keiner mehr. Punkt, Ende, aus in meinem Fall. Also bekomme ich auch keine Beratung mehr auf den Ämtern. Ich bin inzwischen selbstständig tätig auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ich mache inzwischen die Ausbildung zum staatlich anerkannten Heilationspfleger und arbeite natürlich auch dann entsprechend in dem Bereich. Erster Arbeitsmarkt aus eigener Kraft. Aber helfen und beraten tut mich keiner mehr. Und ihr müsst wissen, wenn ihr das jetzt anstrebt, dass ihr das eventuell genauso wie ich, ich habe ja auch mal gedacht, das wäre eine gute Sache, dass ich erwerbsgemindert bin und dass mich jetzt die Ämter nicht mehr anschreiben. Ich kann euch eine Sache sagen. Sozialhilfe zu bekommen im ersten Jahr ist etwas ganz anderes wie im zehnten Jahr oder im fünfzehnten Jahr oder im dreißigsten Jahr. Ja, die Krawatte wird immer enger. Die Schlinge um den Hals, der finanziellen Not, des finanziellen Mangels wird immer enger. Soziales Stigma. Da kommen Sachen hinzu, die könnt ihr noch nicht absehen. Etc. pp. Wie gesagt, ich mache und möchte dieses Thema hier einfach nochmal adressieren, weil ich euch nur darauf aufmerksam machen möchte oder euch vielleicht davor warnen möchte. Vielleicht doch so ein bisschen aus einem väterlichen Bedürfnis. Hier, Papa YouTube. Wenn ihr gerade erst eure Diagnose bekommen habt und jetzt voll drin seid im Thema und glaubt, wow, Autismus, das ist das Ding. Das erklärt alles. Und ich werde jetzt überhaupt sämtliche Kompensationen von heute auf gleich fallen lassen. Und ich trage jetzt nur noch Jogginghosen und ich werde jetzt alle meine Zwänge und Ticks und so weiter voll ausagieren und zeige das allen und oute mich überall. Arbeitgeber, Freunde, im Internet mache ich jetzt einen Instagram-Kanal auf mit meinem Foto, meinem Klarnamen und schreibe da rein, hier übrigens, ich bin Autist. Macht euch darüber im Klaren, das hat Folgen und ich rate euch, macht das nicht zugleich, nachdem ihr die Diagnose bekommen habt. Wartet erst mal etwas, bis das Thema für euch persönlich runtergekocht ist. Zumal ihr dann ja auch viel bessere Aufklärung betreiben könnt, weil ihr braucht ja auch eine Zeit, um euch in das Thema Autismus einzuarbeiten. Ist ja einfach so. Ja, so, das soll es gewesen sein. Das war übrigens ein ultra spontanes Video hier. Ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt. Kein Skript, keine Vorbereitung, einfach nur, weil ich den Kommentar gelesen habe und mir dachte, yo, ey, das ist ein Thema, das ist mir wichtig, da machen wir nochmal einen zu. Wenn ihr sagt, das Video hat mir total gefallen, das war meine andere Sichtweise, als ich das überall zu hören bekomme, abonniert gerne diesen YouTube-Kanal. Das hier ist der größte und erfolgreichste YouTube-Kanal zum Thema Autismus im gesamten deutschsprachigen Raum. Und wenn ihr meine persönliche Lebensgeschichte nachvollziehen wollt, mit vielen, vielen Inneneinsichten, ganz, ja, und vielen, vielen krassen Storys, Lebenswendungen und wie ich auch aus einer Phase, sage ich einmal, der autistischen, ja, der autistischen Identifikation hin zu dem, der ich heute bin, jemand, der sich sozusagen aus dem Thema Autismus auch rausgearbeitet hat, wenn ihr das nachvollziehen wollt, hier ist meine Biografie im Buchhandel jetzt erhältlich. Tom Harrendorf, Diplom-Psychologin Melanie Matzjes-Köhler, Autismus verstehen, zehn Prinzipien für ein besseres Leben. Ja, trotz den ganzen Weisheiten und Schlüsselerkenntnissen in meiner Lebensgeschichte sind auch nochmal zehn Prinzipien für ein besseres Leben, die ich für mich gefunden habe, natürlich im Hinblick auf Autismus. Es ist ein fettes Interview drin zwischen mir und Frau Köhler zum Thema Autismus und wie ich auch das ganze Thema Autismusaufklärung im Jahr 2024 etc. beurteile. Da könnt ihr es lesen. Ich freue mich natürlich für alle, die an meiner Geschichte partizipieren. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, ist dieses Buch schon zwei Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung alleine durch die Vorbestellungen auf Amazon Prime ausverkauft. Es gibt es noch bei Drittanbietern. Ihr könnt es auf jeden Fall auch über Thalia zum Beispiel bestellen. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass vielleicht auch bei Amazon inzwischen neue Exemplare am Start sind. Ich will nur sagen, wenn ihr sagt, das Buch interessiert mich, kauft es euch lieber jetzt als gleich. Es kann auch immer sein, dass es einfach abverkauft ist und dann erst mal zumindest bis zur nächsten Auflage länger nicht mehr am Start ist. Das war's. Schluss, Ende, aus. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Lebensweg. Lasst es euch gut gehen. Seid achtsam mit eurer Diagnose und mit dem, was ihr daraus macht. Euer Tom. Haut rein. Für heute für heute Earthen. Tschüss. ıp